Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Dienstag, der 10. April 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 349 und ich habe die folgenden Themen mit für euch dabei. Der Windows-Datei-Manager, die doppelte Notch, nicht das doppelte Lottchen, der Download-Record, AVM-Labor, Maven, Ford & Alibaba, AR Schupper und Touch. Wir beginnen mit Microsoft. Es beginnt ganz klassisch. Nämlich früher, damals noch bei Windows 3.0 und aufwärts bis zu Windows 95, gab es den typischen alteingesessenen Datei-Manager. Und den hat jetzt Microsoft mit ein paar kleinen Änderungen als Open Source veröffentlicht. Somit für jedermann kann man sogar unter Windows 10 benutzen. Wer also mit dem Explorer nicht zurechtkommt, sollte sich das alte Teil wieder mal anschauen. Und an die Jungen da draussen, schaut es euch doch mal an, mit was, ich sage es doch auch unter anderem wir, also ich, uns herumkämpfen durften. Damals, früher, irgendwann. Genau. Die doppelte Notch. Es genügt nicht nur eine runde, eine schöne, eine eckige, eine dünnere oder was auch immer zu haben. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Denn ZTE will anscheinend das nächste Telefon mit einer doppelten Notch ausstatten. Oben mit Speaker und Mikrofon etc. Und unten eben auch noch ein paar Sensoren mit drin. Was mich aber vielmehr an diesem Teil nicht stört, sondern zumindest optisch speziell findet, ist, das Teil hat abgerundete Ecken. Aber das Glas läuft weiter. Und ja, Sturz und so weiter. Ob da die ZTE-Leute dran gedacht haben. Auf jeden Fall, irgendwie schaut es noch sehr witzig aus. So, im Schaufenster wahrscheinlich. Haben würde ich es wahrscheinlich nicht wollen. Weil eben, wenn das mal runterfällt, ist es gleich Glas. Aber ich hoffe nicht für die Besitzer dieses Smartphones. Und ja, die können uns ja das Gegenteil beweisen von ZTE, wenn dem so wäre. Gehen wir weiter zum Download-Rekord. Und es ist wie immer, gegen Ende des Monats werden Zahlen veröffentlicht von den einzelnen App-Stores. Oder Ende des Quartals, besser gesagt. Zum einen von Apple, dem App-Store. Und von Google, dem Play-Store. Und da gab es jetzt wieder mal ein bisschen Bewegungen. Grundsätzlich bleibt alles gleich. Natürlich kann Android durch die riesen, riesen, riesen Menge an Smartphones und Tablets, die da draußen rumschwirren, deutlich mehr Downloads anbieten. sind über 135% mehr als im App-Store. Dafür ist der Unterschied oder der Wachstum geringer bei Google. Interessant ist aber, dass der beim Umsatz, also man muss bedenken, der App-Store von iOS ist ein Viertel so gross wie der von Google, bietet aber 580% mehr Einkommen für die Entwickler und natürlich auch für Apple. Nach wie vor spannend. Hier aber auch hat Google aufgeholt, stärker als das es Apple getan hat. Wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. AVM ist einer der Hersteller, die fleissig an ihren, fleissig an den Betriebssystemen ihrer Hardware arbeiten. Und es geht langsam, aber sicher auf die Version 7.0 des Fritz OS zu. Da gibt es jetzt im Labor einen Download, den man, sofern man möchte, austesten kann und antesten kann. Vor allem geht es um ein paar kleine Fehler, die da ausgebessert werden. Im IPTV-Bereich, beim Wechsel vom Gast ins Heimnetzwerk und solche Geschichten. WLAN-Stabilität und auch im Bereich Mesh wurde ein bisschen was optimiert. Wir dürfen uns also freuen, wenn das Ganze dann final für alle kommen wird. Bei Google gab es intern ein bisschen Stunk, denn es ist 3100 oder rund 3100 Mitarbeiter von Google sauer aufgestossen, dass sich Google an einem militärischen Projekt, eben diesem Projekt Maven, beteiligt. Die Mitarbeiter möchten nicht gerne, dass ihre Arbeit in Krieg einfließt oder in Dinge einfließt, die mit Krieg zu tun haben und der Welt in dem Sinn schädigen. Das Gegenargument von Seiten Google ist natürlich, dass ihre KI einzig und allein dazu genutzt werde, um Spionage zu betreiben, sprich die Karten auszuwerten. Also man kann dann wahrscheinlich in der Suche suchen nach Hund und nach Strand. Nee, Scherz beiseite. Die ganzen Technologien werden eben nur in dem Bereich genutzt. Und wenn man es halt so anschaut, ist halt so ein Auftrag vom Militär halt extrem lukrativ, langfristig. Und da ist ja nicht nur Google mit drin, auch Microsoft mit ihrem Azure Government ist da mit drin und Amazon hat da auch ein Bilderkennungssystem mit drin laufen. Ich hoffe auf jeden Fall für Google, dass die Mitarbeiter, die das Teil unterschrieben haben, das durchkriegen und dass es nicht mehr in die Richtung geht. Weil nee, Krieg muss nicht sein. Ford und Alibaba, das hatten wir im letzten Jahr schon. Die haben ja eine Kooperation im letzten Jahr, wie gesagt, schon angekündigt, dass sie da ein bisschen was machen möchten, um den Verkauf von Ford-Geräten, von Ford-Autos in Asien zu stärken. Und dem ist jetzt passiert, nämlich mit einem Automaten. Und zwar ein Riesenautomaten. Da kommen keine Snacks und keine Getränke raus, sondern Autos. Man soll anscheinend über die App, über die Plattform von Alibaba, innerhalb von 10 Minuten sich ein Auto klicken oder ausdrucken können, äh nicht ausdrucken, rausschicken lassen können und dann damit wegfahren. Zumindest wenn man den richtigen Score hat, also liquide genug ist. Spannendes Projekt, mal schauen, wo das noch hinführt. Weiter geht's mit dem smarten Shopping. Wir kennen es ja sicherlich, jeder von euch nutzt oder viele von euch nutzen sicherlich die Möglichkeit, digitalen Einkaufszettel zu machen. Ob es in der Notiz-App ist oder spezielle Apps wie Get, Bring etc. Oder sogar vom Wearable, also auf der Smartwatch. Und da geht's jetzt einen Schritt weiter. Die Firma Dent Reality ist aktuell daran, ein Projekt umzusetzen, mit dem ihr vorab euer Einkaufszettel gestaltet, digital natürlich. Und dann, sobald ihr im Laden ankommt, bekommt ihr über QR auf dem Smartphone, äh über QR, über AR im Smartphone eurer Wahl, dann den Weg angezeigt, wo ihr durchgehen müsst, bis ihr zu dem Produkt kommt. Witzige Idee, ob das dann schlussendlich kommen wird und vor allem auch für jeden Laden kommen wird, das werden wir noch sehen. Aber ich finde es witzig und würde es sicherlich auch austesten, wenn es dann mal irgendwann in unsere Gefilde kommt. Wenn ihr ein Besitzer eines Windows 10 basierten Computers seid und nicht gerade im Insider-Programm drin seid, dann ist heute ein grosser Tag für euch. Denn ab heute beginnt das Ausrollen vom Windows 10 Spring Creators Update. Und hierfür kleinen Tipp, wenn ihr es noch nicht schon getan habt, macht doch mal ein Backup. Am besten lasst ihr das am Morgen direkt laufen, dass wenn ihr von der Arbeit zurückkommt, der Computer gesichert ist und bereit ist für die Installation eines neuen Betriebssystems. Was alles da mit drin ist, Cortana ist unter anderem in Geschichte, der Edge-Browser hat ein paar neue Features mit dazu gekommen, viel Stabilität und Sicherheit natürlich auch. Es lohnt sich auf jeden Fall da ein Update zu installieren. Wer vorsichtig ist, darf da auch noch die eine oder andere Woche natürlich warten, wie immer. Aber im Backup, Backup vorher. Und zu guter Letzt, der Google Chrome bekommt endlich eine Touch-Oberfläche. Es wurde ja auch Zeit, denn es gibt ja immer mehr Convertibles mit Touch-Display. Es gibt viele Tablets, die auf Windows 10 basieren etc. Und da macht es dann natürlich deutlich Sinn, wenn die ganzen Einheiten zum Bedienen darauf auch touchfähig sind. Und oder nutzt ihr eh einen anderen Browser, wie der Edge, ich zum Beispiel. Oder Firefox gibt ja da diverse Möglichkeiten, was man noch so tun kann. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich für heute den Dienstag für euch zusammensammeln konnte. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr das morgen auch wieder tut. Am Mittwoch geht es weiter. Und ja, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.